Uh, hehe, ähm, so. Gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnode zu einem weiteren Part, äh, was ist das, Animal Crossing New Leaf, ja, heute bin ich nicht alleine, sondern, hey, da ist er, Dachchen, schreib mal im Chat. Dachchen, ja, das ist der, ähm, Friedrich, okay, ähm, Jacken geht hier ein bisschen begrenzt, ähm, ja, der wird mit mir heute hier ein bisschen rumflendern. So, ich werde hier mal ein bisschen ernten und, ja, vielleicht kriege ich ihn dazu, mir ein bisschen zu helfen. Vielleicht erntet er mit. Ja, ganz schön viele Früchte habe ich gefarmt, kann man mal ein bisschen, ich sehe seine Schrift gar nicht, ja, er hilft, er hilft, aber er sammelt auf, Mann, klaut der einfach meine Früchte. So, ja, gut, ähm, habt ja genug, das wächst ja schnell wieder nach. Gemeinsames Aufsammeln. Unkraut hier hinten kann ja ein bisschen helfen. Das ist bei mir ein bisschen... Huch, meine Taschen sind voll, was soll ich damit machen? Ähm, fallen lassen. Und man kann Obst stapeln, Friedrich. Ab zum Dingensdamitz zur Fundgrube. Ah, Blume zerstört. Was, wie lange spielt denn Friedrich schon? An Mel Crosing, das ist der nicht weiß. Fundgrube. Fundgrube. Ne, kann man das eintauschen. Ich glaube, es gibt auch noch irgendwo anders Sachen, aber... Zu verkaufen. Mal sehen, ob er es auch findet. Kauf mein Zeug. Kauf. 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 Ist nicht überteuert. Das hier ist auch geteuert. Kauf das Schwert. Kaufs Schwert. Kaufs Schwert, genau. Kaufs Schwert. Kaufs Schwert. Kaufs Schwert. Kaufsừ. Kaufs Meckles. Kaufs Schwert. Es wird Andrew seinen Nachstors geben. Kaufs Schwerts. Hoffs Schwerts. too. Ich schlinke emotionsanlt. Kannst Du die distracting attention? ähhh.... Ich sanaue寝te. Mach es nicht mit der Herbst, die wird schartig. Wird schartig, wenn du auf sowas schlägst. Zack. Oh, ein Fossil. Boah. Ein bisschen... Ah, der hilft beim Umkrautdiäten. So, dann gehe ich mal einkaufen. Mein Sklaven arbeiten lassen. Ne, Spaß. Och, da wachsen schon wieder diese Bambussprossen. Was soll ich denn mit diesem scheiß Bambus hier? Was soll denn das? Der wächst hier ja zur Zeit rum. Uh, ein weißer Hörner. Die Sterne suchen dir Glück und bringen... Ich, Smerel, kann dir die Zukunft weiß sagen. Und auch wie du gar prächtige Schätze findest. Und das nur für 500 Stern ist... Okay. Sag mir was. Wohl an, lass mich dir deine Konstellation zeigen. Ich knie mich vor. Oh ja, ich sehe etwas. Eine Schildkräuter macht ein kleines Nickerchen an einem tropischen Strand. Sie genießt ihren Ruhestand und wirkt von Tag zu Tag jünger. Ich kann die Zeichen sehen. Oh ja, ich sehe Gesundheit voraus. Das ist ein Strickmütze. Das ist ein Schnüsse zu deinem Glück. Ah, ich soll mir also eine Strickmütze kaufen. Danke für die Wahrwässerung. Möchtest du Glück und den deinen sein und dann... Ach, egal. Hein? Mal wieder beim Modeschneiderdass, Benjamin? Oh, du bist Zwerg! Ich schläge dich nicht so an. Fast hätte ich mit meinem Judo Spezialwurf gegen Anschlächer gesetzt. Äh... Ja, das ist mein Merge. Hier, kauf mein Merge. Ja, hier. Hier. Sternpulli. Strickenpullover. Hier. Hier sogar für Mädchen. Habe ich auch schon mal gezeigt. Was sagt die? Sehr gern. Wie kann ich dir helfen? Ach so, Profi, dein Design kredieren. Haben wir im letzten Part gemacht. Au! Hübsch, Braun! Moment, ich zieh auch mal an. Hier. Oh! He! Ähm... So. Ich hoffe, er hat das vielleicht nicht gesehen. Ja, das kann man auch tragen. Schuchstinkrone. Auf jeden Fall. Auf jeden. Ich muss aber, glaube ich, mal wieder mein Judo anziehen. Eine Weihnachtsmaniacke. Kommst du mit? Ich geh zu dir. Bei mir ist es nicht ganz so spannend. Friedrich aus Fliegello. Okay. Und der haut ab. Und dann. Da. Da. kommt der Zug. So. Da komme ich gerade in Yoshi. Äh ne. In Luigi Town. Scheinbar an. Okay. Fliegello. Mit dem neuen Yoshi. Äh. Ratsch. Luigi. Ahh. Wieso verwechsel ich Luigi mit Yoshi? So. Dann gucken wir uns mal bei dem um. So. Und wer ist denn das? Ist das ein Mie? Dachchen. Oh. Ähm. Ja. Ich sehe jetzt nicht sonderlich hübsch aus. So ist es besser. Ich glaube. Das sind einfach geil. Ich folge einfach. Mein Haus. Ja. Dachchen. Wir machen heute Hausbesuch. Ah. Okay. Nintendo Ecke. Und das ist geil. Die Nintendo Ecke will ich sehen. Guck mal rein. Na. Ist da jemals Rose? Oh. Liebe des Todes. Geil. An die Fahne springen. Ich kann es nicht. Deh. 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 Deh, geil. Pigman. Die sagt mir nichts. Ne. Hat noch nie gespielt. Mario Kart 7, ist das geil. Warfnews. So. Mario Ecke, das finde ich nice. Es läuft. Level. Boing. Ist das nice. Ein oberes Geschoss. Hier ist noch nicht sehr viel los. Pflanzer. Ist nun neu. Ist nun neu. Die Stadt ist auch größer als meine. Wo ist sein Rathaus? Ich gehe nochmal zu seinem Rathaus. So, dann muss ich jetzt mal langsam schluss machen. Rosen kaputt mach. Oh scheiße, wollte ich gar nicht. Mist. Habe ich eine Rose mit dabei, sonst könnte ich pflanzen. Ich habe hier eine Birne. Stonewaschthose. Ich lasse hier auch noch ein Fossil da. Super. Tales. So, da haben wir ein Abschlussfoto. Wozu eine Birne? Keine Ahnung. Aus Spaß. Andenken aus meiner Heimat. Ein Satztopolis. Wachsen nur Birnen. So, dann würde ich mal sagen, als Tales hier verkleidet. Gehabt euch wohl. Ich glaube ich nach oben. Sollte euch das Dorf hier gefallen. Von ihm. So, und dann freue ich mich auf den nächsten Part mit ihm. Sollte ich ihn mal wieder treffen. In Animal Crossing. Oh, ein Garten. Weiß ich auch nicht. Wozu eine Birne facht da wieder. Ja, dann würde ich mal sagen. Von hier aus. Tschüss. Ich habe hier gleich das. Oh, hier. Zitronen. Kann ich nicht rütteln. Doch, kann ich rütteln. Zack. Zack. Nehmen wir uns mal ein paar. Ich glaube wir mal ein paar Zitronen. Wo wir es hinkriegen. Und dann noch ein paar davon. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Und was auch immer das ist. Und hier ist das Rathaus. Nein, ist es nicht. Mist. Und dann. Hier ist das Rathaus. Hier vorm Rathaus. Ha, der hat auch Bambussprossen. So. Dann verabschiede ich mich hier und sage. Ich hoffe euch hat es gefallen. Abo da lassen, falls ihr neu seid. Und. Adios. Hautrinne. Kommst nochmal zu mir. Zum Verabschieden. Nein, habe ich nicht. Könntest du mir einen geben. Aber. Ich sage erstmal tschüss. Stellst dich mal hier hin. Ja, so. Tschüss. Haben wir ein Schlussbild. Ich brauche noch ein Thumb. Und das ist doch ein gutes Thumbnail. Doch dann. Ciao. Das ist geil. Nämlich ein Thumbnail. Und. Ciao, ciao. Adios. Hautrinne. Auf Wiedersehen.